Musik Ich designe gerade ein paar Logos und zwar ist es für ein Uni-Projekt, was ich momentan habe. Das ist halt für eine Firma und die wollen ein Rebranding von ihrem Logo haben. Ich versuche mir jetzt irgendwas auszudenken und auch so ein bisschen das, was die machen, damit einzubinden. Also es ist eine Firma, die macht halt viel mit künstlicher Intelligenz und mit Daten. Und deswegen versuche ich so das ganze Konzept von Daten und Senden da einzubauen. Aber trotzdem will ich irgendwie, dass es minimalistisch ist. Also, ja, da bin ich gerade so ein bisschen im Überlegen, wie genau ich das mache. 2.20 Uhr. Ich habe gerade meine Unitasche gepackt, lad eben noch meinen Laptop auf und dann kann es auch morgen losgehen. Ich hatte die letzten zwei Tage frei, lustigerweise. Irgendwie ist heute die Uni ausgefallen und am Montag konnte ich nicht kommen, weil bei uns die U-Bahn gestreikt hat. Deswegen ist heute mein erster richtiger Unitag für die Woche. Meine Hausaufgabe war halt, ein Logo zu designen. Die habe ich auch erledigt. Mal gucken, was da morgen für Feedback zukommt. Aber jetzt gehe ich erst mal schlafen. Heute in der Uni haben wir größtenteils wieder an dem Logo gearbeitet. Also, jeder macht ein eigenes Logo für die Firma. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal den Designprozess, den ich jetzt zum Beispiel hatte und wie weit ich bin. Das sind meine Skizzen, die ich gemacht habe. Also, der erste Schritt war einfach wirklich nur brainstormen. Dann hier in meinem Skizzenbuch, das habt ihr gestern schon gesehen, habe ich das Ganze dann ein bisschen ordentlicher aufgeschrieben, beziehungsweise hier noch so ein paar Formen versucht zu definieren. Meine Lieblings-Idee habe ich mir dann hier eingescannt und dann halt versucht, das in eine Art Branding umzubauen. Dann habe ich versucht, eine Form mit reinzubringen. Habe das dann hier nochmal etwas minimalistischer designt. Eine andere Schriftart. Und dann bin ich da gelandet. Und dann habe ich hier nochmal Variationen davon gemacht. Aber ja, ich arbeite gerade an ein paar Hausaufgaben, die ich erledigen muss. Also, das war jetzt eine davon. Und jetzt muss ich noch ein bisschen zum Thema Wireframing machen. Das sieht in etwa so aus. Und da muss ich mir jetzt eine eigene Idee zu überlegen. Das ist jetzt mein fertiger Wireframe für die Landingpage, Kategorien, aus denen man auswählen kann, Produkte innerhalb einer Kategorie und eine Produktansicht. Bevor man halt eine Website designt, muss man erstmal sich einen Wireframe, also so eine Art Aufbau erstellen, wo man einfach Ideen sammelt, wie das Ganze aufgebaut werden könnte, bevor man dann wirklich anfängt, das zu designen. Das ist wichtig, weil man muss sich ja vorher, bevor man das designt, erstmal richtig viele Gedanken machen, wie das Ganze eigentlich aussehen soll. Also, wir sind immer noch hier bei der Planung. Ich bin auch nicht gerade fertig, weil es heute zum You-Festival geht. Und ich bin da am Start mit Pilot und Bravo und werde so ein bisschen malen mit den Leuten, die heute Lust haben. Da geht es jetzt für mich gleich hin. Und hier ist jetzt der Stand von Pilot. Und zwar habe ich für ein Wochenende lang den Pilot-Stand betreut und zusammen mit ganz vielen, ja jungen, kreativen Leuten, die Lust hatten, was zu gestalten. T-Shirts bemalt oder auch zum Beispiel Stoffbeutel. Und es gibt auch ein Gewinnspiel, wo man dann auf der Pilot-Seite ein selbstgestaltetes Bild hochladen kann von eben dem T-Shirt. Und dann kann man auch ganz viele coole Preise gewinnen. Heute ist Tagsdahl auf der Bette und wir haben hier auch schon richtig viele Leute, die wieder Lust haben, was zu malen. Heute ist der dritte Tag auf dem New Festival und ich habe die letzten Tage schon so viele Leute von euch kennengelernt. Es ist einfach immer so schön, ja, die Leute zu sehen, die hier meine Videos schauen. Ihr könnt die Stifte aber zum Beispiel auch auf verschiedenen Untergründen benutzen. Nicht nur auf Stoff, sondern auch zum Beispiel auf Porzellan oder Glas. Natürlich muss man ja immer auch verschieden fixieren. Jetzt bei den T-Shirts hier zum Beispiel habe ich einfach drüber gebügelt und ich habe es heute auf jeden Fall an. Ich bin super happy. Ich habe es so ein bisschen gecroppt, so dass es eben auch so ein bisschen zum Festival-Look passt. Hier zum Beispiel hängt auch ein Beutel, den ich gemacht habe. Sieht so aus. Also wenn ihr coole Kreativmarker braucht, dann probiert ihr auf jeden Fall mal aus. 11 Uhr, es ist Montag. Ich habe jetzt gestern nicht so viel gevloggt. Mein Kurs heute ist erst um 1, deswegen habe ich jetzt noch zwei Stunden Zeit, ein bisschen ins Gym zu gehen. Ich muss noch ein Paket abholen. bis zum nächsten Mal, ich habe jetzt komplett Bin luôn dein Lieber, Nochmal I've been filming the whole time Ich muss meine Wireframes zeigen Das ist also eine Art, wie man halt Wireframes machen kann Hier zeigt man dann immer, wie man von der ersten bis zur zweiten Seite zur dritten Seite kommt Und dann habe ich hier noch eine vierte Option Einer Seite hat also drei Variationen für eine Idee, die ich hatte Und die werden dann so miteinander verbunden Fertig für heute Acht Uhr, um neun geht mein Kurs los Heute ist mit Abstand der kürzeste Tag Uni Habe ich aber auf jeden Fall auch gemerkt, wie gut es mir tut, ins Gym zu gehen Es hat wirklich Spaß gemacht gestern Also erstmal in die Uni und dann kann ich den Rest meiner To-Do-Liste abarbeiten Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Keine Ahnung wieso, aber ich mache derzeit total oft Homeoffice im Bett Aber hier können wir einfach ganz gut mit euch reden Und ich habe ja ein paar Bücher Weil ich immer Fragen bekomme zum Thema Buch Was lese ich so, was kann ich empfehlen Vielleicht auch aus dem kreativen Bereich Und ich würde sagen, es gibt so drei Arten von Büchern, die ich lese Einmal Fiction, so Romantasy, Fantasy in die Richtung Dann lese ich Buchbände, also ganz oft über so Künstler Dann gibt es so Selbsthilfe-Sachen Und dann so ein paar Themenbücher Annie Liebowitz at Work ist ein Buch von der Fotografin Annie Liebowitz Die ganz viel Vogue fotografiert, ganz berühmte Porträts schon gemacht hat Und das ist einfach quasi wie so eine Biografie, glaube ich Also wer sich für Fotografie interessiert, ist schon irgendwo must have Dann lese ich momentan den dritten Teil von Das Reich der sieben Höfe Und das ist jetzt hier schon der vierte Jedenfalls, wenn ihr so Fantasy mögt und auch so starke weibliche Hauptcharaktere Da das ist richtig cool Die beiden Bücher, das habe ich online bestellt Das habe ich, ich glaube, bei Urban Outfit ist gefunden Und das heißt Star Power Das ist so Astrology und finde das an sich irgendwie interessant Super easy appeart Und ich liebe, liebe das Editorial Design Also wie die Seiten aufgebaut sind Wenn das so super minimal ist Finde ich schon ziemlich cool Das Buch hier, Steel Like an Artist Auch super interessant, habe ich auch neulich erst im Podcast angesprochen Denn ich habe jetzt einen Podcast, der heißt Mood Und gibt es auf Spotify, gibt es auf Apple, gibt es auf Anchor Auf vielen Plattformen eigentlich Ich kann mich den gerne mal in die Infobox verlinken Und Hannah, eine Freundin von mir, die auch Design studiert Kommunikationsdesign Wir sprechen eben oft über so kreative Themen Über unser Alltag als Designstudenten Und Steel Like an Artist ist ein Buch, wo es halt darum geht Dass eigentlich Ideen nicht neu sind, sondern einfach inspiriert von anderen Ideen Ich habe noch einen Monat lang Uni Ziemlich genau auf den Tag Da musste ich also Designs abgeben Ich bin jetzt schon super im Stress Aber kriegen wir irgendwie hin Ich habe auf jeden Fall Lust, euch die letzten Wochen Wenn es so richtig so in die heiße Phase geht Euch mitzunehmen Weil ich glaube, das ist immer so sehr interessant Weil da eben viele Designs auch final dann endlich mal zu sehen sind Und gerade weil wir super viele Webseiten, Apps designen gerade Könnte das glaube ich sehr interessant sein Deswegen lasst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben Wenn ich das filmen soll, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mal zu verpassen Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video Bis dann, tschüss